Hey Leute, was geht? Heute gibt's ne Folge Rust. Kurz erklärt ist das Spiel ein Überlebensspiel, bei dem man Ressourcen sammelt, sich ne Base aufbaut, die Welt erkundet, neue Sachen craftet und kennenlernt und dann halt mit Freunden oder alleine andere Spiele auf dem Server raidet, um halt ihre Ressourcen zu joingen. Also größtenteils geht es halt um Ressourcen. Ist im Endeffekt wie Minecraft, nur halt ein bisschen realistischer. Bevor wir dann gleich auf so einen Server gehen, dachten wir uns, es wäre eine gute Idee, sich davor aufzuwärmen und das sah dann ungefähr so aus. Bist du das hier, beim Piano? Äh, ich bin das. Oh, oh, Junge, Alter. Kennst du den Song? Ja, natürlich kenn ich den. Warte, ich zieh mich mal um. Ähm, wir sehen alle gleich aus. Wie seh ich eigentlich aus? Ah, das ist gut, das ist gut. Das ist, ja, ja, komm, wir nehmen das, das ist gut. Ja, ja, das ist gut, das ist gut. Swag! Schau mal, wie er das slappt, Alter, der slappt die richtig geil, Alter. Ah. Ah, der hat mal vier Schuss. Ja, Leute. Hab ich ihn getroffen? Nein, ich glaube, er ist links. Ah, oh Gott. Ah. Oh, Laser-Ton. Oh, Laser-Ton. Ist grad dein Er... Oh, stoppst uns deinen Healing-Schuss. Ja, oha, Alter, was ist mit den Leuten los? Piep, 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 piep Ich glaube, ich wollte mir kurz was zu snacken, okay? So, bin wieder da. Boah, Junge, ich hab mir kurz hier Käse-Toast gemacht auf entspannter Basis. Dann morgen. Ah, jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist passiert? Ich bin am Start. Irgendwie habe ich keinen Speer mehr. Der ist, glaube ich, kaputt gegangen vorne oder so. Du hast einen. Warte. Oh, shit. Oh, sorry. Dinger, holy shit, Dinger. Er wirft mir den scheiß Speer einfach ins Gesicht. WTF? Oh, Wasser. Ja, Wasser ist gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das geklappt hat, aber... Ja, ich glaube, ich hab's einfach nur verschüttet. Er läuft auf dem Weg. Ja, ich seh's, ich seh's. Hab ich ihn getroffen, einmal? Voll nein, voll nein! Was? Patrick, mach nicht die Tür auf. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, ja, gibt's hier was? Da, ja, hier ist ein Chest. Oh, ja. Oh, ja, oh, ja. Hier zieht die Saute dann. Ach, ah, ja. Oh, ja, Mann, das ist nice. Den kennen wir, gell? Den kennen wir, den kennen wir. Alter, übel chillig diese Häuser. Oh, hier ist noch ne Kiste. Oh, hier ist noch eins für dich, Alter. Perfekt, komm her. Selbes Ausfeld. Ja, 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 selbes Ausfeld. Ja, die Gang ist wieder am Start. Komm hier, ran da. Soll ich mal klopfen? Solang du, äh... Was machst du? Weiß nicht, was ist das? Ne, ist nichts. Gar nichts. Komm aus, wenn eins fertig ist. Ja. Boah, Digga, der Steak hat richtig reingedollert. Ah, ja. Bei dem war direkt noch eins. Boah, ja, Aran. Ah, ist da einer draußen? Ja. Oh, ja, Digga, direkt getroffen. Oh, nochmal, down. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ja, ja. Hat Headshot. Noch ein Hit. Down. Boah, Digga, wir sind so OP, Alter. Ja, die direkt, ne? Oh, mein Gott. Oh, ich bin schon. Was ist los? Alter, ich bin fast gestorben. Oh, mein Gott. Hier ist ein Auto. Natürlich. Kann man sich da reinsetzen? Also, ich kann dich schieben und tun sowas. Ja, ja. Ist gut, ist gut. Mach mal weiter. Schieb mal ein bisschen. Jetzt weiter. Ja, lass den da rein. Ja. B westen. Ja, wo? Oh shit! Oh shit! Aufwand mir, ne? Ja, ich hab ihn gesehen, nicht gesehen. Trägt er nicht. Warte, warte, warte. Fuck you! Fuck you! Your mother's a home! Okay. Digga, warum sind die so toxic, Alter? He he he. Oh lol, Alter, hier ist einfach jemand umgelootet, Digga. Holy shit. Aber ein Backpack liegt hier, der hatte keinen Bock mehr. Pfeile, Scrap... Die Hider hat sich viel dabei, holy shit. Oh nein, ich hab zu sterben. Yes, man ist drin. Digga, was baust du hier? What the fuck? Hey, ich baue, ich baue. Ist das hier Fortnite-Drucks? Oh! Oh, Junge! Sorry, Alter, sorry. Oh, da oben kommt einer. Ja. Ich glaube, ein Revolver. Ja, der hat Revolver. Oh mein Gott, oh mein Gott, Alter, holy shit. Kannst du bitte nicht töten, ich bin neu im Spiel. Danke, Mann. Oh mein Gott, Alter, holy shit, hab ich mich erschrocken. Wir werden noch zerstören, glaub nicht. Ich glaub, wir machen ein bisschen, in andere Richtungen laufen wir, nicht mehr nach Norden. Weil die kommen von dort. Bisschen nach Süden, in die Richtung und so. Ja. Bisschen Lighthouse machen wir und so. Holen uns Scrap-Brand für eine Zweier-Webvench. Ja, ja. Nebenbei farmen wir Sulphur auf dem Weg und so. Äh, finden vielleicht raus, wo sie wohnen. Dann werden wir die Zweier-Webvench haben. Plätschen mit dir, bessere Weapons und dann raiden wir sie, okay? Wir finden heraus, wo sie wohnen. Das war der geilste Part von allen. Warte, ich muss kurz reden. Okay, chill. Okay? Just, just, let's farm together, okay? I need, I just need the wood. Do you have a tea? Oh, thank you, man. That's, that's, that's nice. We, we didn't find any stone because it's, I don't know, it's somehow very rare. You don't have to drop your stone, it's okay. Okay. Ah. Ah, well, not. Damn, bro, okay, you don't have to drop your, I dropped your krass, your kompletten stuff, Alter. Ich hab hier ein random Arango und der ist eigentlich ganz nett. Keine Augen, wenn dann, wenn dann halt irgendwie nehmen wir uns die Baseball, können wir dann irgendwann mal raiden. Stronx. Sorry. Was harmst du mit, was harmst du? Ja, mit, äh, mit Headshot, mit Headshot. Äh, mit der billigen, oder? Ja, mit, ja, mit der billigen. Mit der Metal? Nee, nicht mit Metal, mit der, äh, Stein. Okay, dann lass mich mit Brown Knight fahren, oder fahren du mit Brown Knight hier, oder? Oh, Alter, Digga, das steckt jetzt in mir drin, Digga. Nee, ich hab auch. Okay. Tja, ich check erst jetzt, wie viele Team wir eigentlich hab. Ah, Mann. Also devices computers ist das, was zum Problem. ch village viel.